Hallo alle miteinander! Willkommen, wir sind hier bei... Ja, Melch, du musst starten. Ja, ich starte. Der Charakter Switch ist fünf Jahre alt. Na, oder nicht? Ja, der ist ein Roboter. Ist ein Roboter, ne? Oh, Entschuldigung. Und der hat früher gearbeitet. Also, die Switch wird fünf Jahre alt. Leute, ihr müsst... Bei uns wirst es zuerst gehört. Achso, genau, weil danach wird sie arbeitslos. Und schlägt sich hier in Little League rum. Fuck. Dammit, dammit! Na, warte! Mann! Hättest du dir nicht angestrellt, dann wäre er reingegangen. Ich hab'n Input-Lag, hab' ich das Gefühl. Ja, du hast'n Input-Lag hast du. Nein! Gleich fresse ich ihn! Oha! Got'em! Wuuuuh! Ja! Nein! Oha, Kenny, Alter! Ich hab'n Tabby, Alter! Ficker! Hotter, Alter! Ein Crash von der Wand geholt! Oh, Mann! Tada! Switch ist der beste Freund von Raptor! Wow! Alter, was ist denn los? Ich mag die Runde! Schöner, Alter! Fick euch doch! Fuck! Oh, Mann! Halt die Schnauze! Okay! Au! Damn it! Damn it! Damn it! Ja, das hab' ich mir auch gerade gedacht. Ach, das war ja von mir sogar! Als obi! Zack! Beide angespuckt! Ah, diese Musik! Ey, Mann! Warum sterb' ich denn da immer am Anfang? Weil du direkt im Ball standst! Ja, aber ich stand hinten! Fuck! Perfekt! Ich will schon fast raus! Ich will schon fast raus! Was soll denn das? Alter, was muss ich denn hier? Oh nein, ich will nicht raus sein! Ich hab' ihn! Ah, ich hab' ihn! Tada! Hätt' er klappen könnten! Ja, da hab' ich auch gedacht! Was? Ich bin's Maul! Das war ganz seltsam! Mann, immer auf der falschen Seite! Easy Prey! Ich will's verkehlen, da siehst du nicht die Brille da oben? Ich will's verkehlen, da siehst du nicht die Brille da oben? Ich will's verkehlen! Ah, dafür steht das? Nein! Au! Ah, ich bekle! Oh yeah! Ah! Ah! Ich bekle! Ah! Ah, fuck! Der Schlimmste ist raus! Ah! Und der zweite Noob ist auch raus! Alter, das wird jetzt... Wird jetzt entweder dumm oder spannend! Was? Look out! Look out! Look out! Fuck! Wow! Oh man! Oh man! Oh man, ey! Ja! Schon ein bisschen belassen, ey! So, jetzt kann ich wieder was anderes spielen! Switch! Latsch! Candyman! Oh! So viel Auswahl, hört ihr! Switch's ursprünglicher Name war Truck! Wow! Was? Nintendo Truck? Oh man! Oh man! Weitere! Weil bei Call of a fan ist der! Wisst ihr wie so Switch, Switch heißt? Weil er geswitcht ist? Sein Skatepot nennt sich Switch! Oh, ne! Achso! Und nicht er selbst! Das kann man ja label! Das heißt, wenn du in Audi fährst, dann heißt du ab jetzt Audi! Hauptsache da läuft hier 50 Sekunden Connection Time rundher! Ich war ja blau, fuck. Oh, nein. Alter. Hier, hier. Was? Was? Tada. Was war das denn, bitte? Ich weiß es nicht. Ich wollte meinen High-Jump irgendwie sinnvoll nutzen. Wow. Fuck. Ich hab ihn. Got him. Wisst ihr, was nicht auf Dice reimt? Nein. Scheiß, scheiß. Kreis. Roter Kreis auf meinem Sound, ey. Wow. Wir müssen werden Trämpfer. Oh, fuck. Hättest du dir nur mal geschlagen, hätte ich den gekriegt? Natürlich, hättest du nur mal geschlagen. Aber was? Immerhin möchte ich Ausreden suchen. Check this. Wow. Check this. Kann sein, dass dein Wirbelsturm wie ein aufgeladener Schlag ist, nur dass er sofort geht? Ja. Ich glaub schon. Äh, der kann damit die Richtung ändern. Ja, ich kann die Richtung ändern und ich kann irgendwie doppelte Kraft machen oder so. Also doppelt schlagen quasi. Dass der schneller wird, glaube ich. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Jump. Hau. Alles weg. Was ist los? Hä? Ich hab den Ball gar nicht mehr gehabt. Alter. Dreh ich doch rum! Was macht ihr denn? Geh weg. Geh runter von der Wand. Geh. Was? Wie das dich getroffen hat? Was zur Hölle? Oh, oh. Oh, fuck. Hast du verdient. Geh, ja. May, wieso stirbst du immer so schnell? Weiß ich nicht, welch Lappen bin. Ich springe auch immer in den Ball rein. Oh, fuck. Du hast ihn gepressen. Ich hab irgendwie furchtbar schwierige Probleme mit so diagonalen Bällen. Hast du gesehen? Ich hab den als Lila im Ball rausgeschossen. Das war gar nicht mehr so schlau. War auf jeden Fall crazy, sag ich mal. Crazy Daisy. Ich bin raus. Tada. Bitte, Conn, es stirbt. Oh, oh. Conn, es stirbt. Conn, es stirbt. Nein. Conn, es stirbt. Oh, oh. Nein. Conn, es stirbt. Conn, es stirbt. Ich hab den Ball gekriegt. Ich hab den Ball auch gemacht. Ja, der ist gut. Der ist gut. Tada. Ja. Alles auf, Mann. So ein Lacker. Ja, der wäre super. Mach fuck my life. Leute. Nein. Wie kann man denn nur so Lack haben? Was soll das los? Du hast einen mega Lackes an meinem Ball nicht gefangen. Lack. Du bist einfach NU. Du bist NU. Alter. Du denkst, Switch wäre ein Easter Egg, denkst du. Du bist doof. Nein, ich weiß es, weil er vorher Truck hieß und als die Nintendo Switch angekündigt wurde, wurde er unbenannt in Switch. Und er ist jetzt gay, tot arbeitet nicht mehr. Das stimmt. Ja, und der ist fünf Jahre alt. Ist das der Kinabel? Und Keggy hätte gerne Sex mit ihm. Ja. Jetzt sag mal was dazu, Keggy. Ja. Wieso nicht? Er hat wenigstens Ausdauer. Ist ein Roboter. Weiß man nicht, ne? Aber er ist noch minderjährig. Stell dich mal vor, es gibt irgendwann mal so eine Roboterfrau, die man... ...prostituierte, die Roboter sind. Das gibt es tatsächlich in Deus Ex. Echt? Echt? Ja. Crazy. Das wirst du sicher nicht. Da gibt es Frauen, die sich so Arme oder sowas argumentieren lassen, dass sie dann so einen Cyborg-Arm haben und dann können sie besser, ne? Das hat mich jetzt so verholt. Ich war gelähmt für einen kurzen Moment. Das muss ich erst mal auf mich wirken lassen, ne? Fuck. Pray. Easy Pray. Wow. Aber ein Prank, ein soziales Experiment. Ich sieh Prank. Blim-Bum. Was war das? Ich hab auch nichts mehr gesehen und hab einfach schrägiert. Blim-Bum. Was machst du da, Fudi? Ich versuch halt immer so wenig rumzuspringen, damit ich besser auf den Ball reagieren kann, aber das funktioniert auch nicht immer. Blim-Bum. Ich bin tot. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh nein. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Oh nein. Ah, die bokehren da! Der wird aber auch nicht schneller dabei, ne? Tada! Ja, man muss ihn nach unten oder nach oben schießen, dann wird er schneller, glaube ich. So? Ja. Oh shit. Als ob ich ihn nicht getroffen habe. Als ob er ihn gefuttert hat. Ich hab ihn. Als ob er ihn. Ich hab nur darauf gewartet. Denkst du, hast du es drauf oder was? Oh Mann! Sieht gar nicht so schlecht für mich aus. Ja, diese Tode. Alter, wie einfach. Überraschung! Oh Mann, guck dir mal die Lehmann. Mann! Was? Ich hab wieder... Ah! Ich kann damit einfach nicht leben, ey. Das ist in Ordnung. Ich liebe Candyman. Alter, ich hab Latch in Black freigeschaltet. Alter! Alter! Esst, ey! Oh! Wow! Jetzt war das eben vor die Sprung. Ah! Hast du das auch schon mal gesagt? Ja! Ernsthaft, Colin? Was denn? Das hat er ständig gesagt. Ach so! Ja, das ist ja auch lustig. Ja! Ich hab auch schon gesagt, dass man das Keggy Maeve nicht essen kann. Meine Fresse! Oh, ich hab ja Forrest gestern was... Oh, jetzt kommt wieder... Mario, Mario, du... Hey Maeve! Sehr schön gesungen, Maeve. Danke schön. Mario, Mario, Bosa Junior... Pi, Pi, Peach... Get ready! Pi, Pi, Pi... Der ist wirklich ein Schatten. Ich singe ein Lied. Ah! Er ist ein Schatten seiner selbst. Ich bin ein Schatten deiner Mutter. Okay. Das ist aber ein großer Schatten. Ja, ja. Würd ich auch grad sagen. Halt's auf! Das ist halt Shadow. Die Ultimate Ultimate Life Warne. Noch weggeslappt, Alter. Ich mach'n Wandsprung und bin da oben in der Ecke und er trifft mich trotzdem perfekt. Noch weggeslappt. Oh, Mann, ich hasse dieses Leben. Ich hasse dieses Leben. Ich hasse dieses Leben. Ich hasse dieses Leben. Ich möchte doch nur gewinnen, wie ein Held. Ja! Ich schaffte mich vergesagt, was du singst. Was? Ja, jetzt komische Sprache. Hakuna Matata. Diesen Spruch sag' ich gern. Ich weiß gern. Hakuna Matata, ich tute dein Gehirn. Es heißt die Sorgen. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Oh Rudy. Tutti Frutti. Oh Rudy. Was ist das bitte gerade für ein Commentary? Ui. Ua. Ding. Probier's mal. Mit der Mütlichkeit. Mit deinem Mann in meinem Hart. Was? Wofür war's los mit euch? Ihr seid vollkommen unprofessionell. Hast du dich mit deinem Switch weggeklatscht, ne? Woah! Hilfe! Und ich bin tot! Und ich bin tot, Alter! Nein! What? Fuck! Ich hasse dieses Leben. Ups! Alle mal auf Keggy. Wieso alle auf mich? Du sollst am meisten leben. Ja und? Wow. Sorry. Dass ich einen großen Lebenswillen habe. Ja, ist eklig. Oho. Hat man so einen wie ich? So. Drei. Das ist einfach nicht auf mich. Also wenn ich schon raus bin. Ah! Kommt! Wieso steht der Candyman da ganze Zeit in der Ecke? Das ist so ein richtig ekliger. Weil ich abwarte. Das ist abwarte. Das ist wie meine Taktik geklaut mit Latch. Boom run. Job breaker! Look up! Der ist gemein. Gebraked. Wuhu! Er wird auch einfach nicht schneller, ne? Leute! Traut er mal nach unten! Ich kann den da nicht noch in eine Richtung geben. Natürlich kann es doch. Ja, dann hätte ich den nicht getroffen. Das Timing war schwierig. Weg mit euch! Weck es schnell! Warum stelle ich nicht in die Mitte zwischen euch beide? Jo. Tja. Ich darf dich schon wieder als erst raus fliegen. Dörpi Dörp muss ja erst raus fliegen. Look up! Nein von hinten! Du bist so ein ekliger! Als ob der da oben... Nein! Tada! Und Dörpi Dörp hat gewonnen. Easy life, würde ich sagen. Ja! 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 Du kannst dich schon aus hoher... Kann man nicht dieses Aufladen eigentlich überspringen oder so? Also, ich weiß es nicht genau. Was ab und zu passiert ist, dass das direkt aktiviert wird. Komm, einen können wir noch. Einer können wir noch. Einer gibt mir noch. Nur einer muss, aber dann ist Schluss. Zum Abschluss, Ledge. Okay. Ledge! Ledge only? Ledge. Ledge only. Brrrrm, Brrrm, 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 Brrrm. Zumal, dass ich mit jemand anderem spiele. Stimmt. Ich fühle mich schlecht. Ich spiele in allen Spielen immer den gleichen Charakter. Ja, es ist halt so. Du spielst immer nur Raptor und bist trotzdem so schlecht. Ja. Ohhhh. Roasted. Na, direkt der Schub. Als ob. Oh, da. Als ob. Jetzt hängen alle an der Wand, ey. Don't fake my style. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Äh. 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 Au. Oh, nach oben. Alter. Maiv, du ekliger. Hat einfach runtergeschwengelt einmal kurz. Ist halt wirklich so. Ich kick dich gleich hier von der Wand, Maiv. Als ob, ich hab ihn geschlagen. Ich hasse mein Leben. Das ist ein dreckiger Abstauber. Mehr nicht. Oh nein. Oh, mein Schwanz. Ah. Gephrasen. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. In meinen Schädel rein. Ah. FeelsBadman. Ah. Fuck. FeelsBadman, Alter. Oh nein. FeelsBadman, Alter. FeelsBadman, Alter. Oh nein. Burst du ja ein richtiger Beamsetter. Wow. Da hab ich gewusst. Nein. Ich habe ihn. Nein, pickst du ihn nicht. Hör auf. Nein, hör auf. Hör auf. Mach es. Tu es. Tu es. Tu es. Got him. Oh shit. Ich weiß gar nicht wer wer ist. Gehe. Oh yeah. EasyPray. Hey, lebe ich noch? Hey, wann bin ich denn gestorben? Gerade eben. Da kam so ein Ball und es hat dich getroffen. Ich hab doch geschlagen. Hast du nichts? Das passiert oft so in dem Spiel, dass ein Ball kommt und es stirbt. Oh ne. Okay Leute, das war's. Bis zum nächsten Mal. War schon Spaß. Was ist das passiert? Freakin. Was, oh man? Dieses Spiel macht mich innerlich aggressiv als fuck. Ja, würde es mich auch, wenn ich schlecht wäre. Ich hab zehn Killz gemacht. Ach du Spakulantos. Verloren ist verloren, mein Freundchen. Das ist halt wahr, Korn. Ich hatte auch schon öfter mehr Kills als Kiggy. Ja, Fully, weißt du, du musst jetzt wieder nicht mit Lügen ankommen. Ich habe jetzt auch schon mehr Kills als Kiggy. Ja, das ist auch einfach gemein manchmal im Leben. Leute, ich bedanke mich für euch für die Zukunft. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Checkt die anderen aus, die sind eh nicht verlinkt. Ciao. Danke für die Verlinkung. Bra, bra, bra. Viel Sledgeman, bra. Freak. Das war mein Meme. Halli, Freak. Kannst du verweisen? Ja. Kann er. Viel Sledgeman. Wir haben es aufgenommen. Ich habe, ich habe, ich piep's raus.